Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch natürlich wieder über ein paar Themen sprechen, unter anderem natürlich über Farid Alidou und Damien Downs, die beiden Derby-Helden von letzter Woche und natürlich auch Benno Schmitz, denn da soll es wohl jetzt auch was passieren und genauso bei Justin Diehl. Alles das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen und jetzt geht es los mit Farid Alidou. Ja, der Junge macht einfach extrem Spaß, gerade auch letzte Woche gegen Gladbach zwei Tore erzielt und wie gesagt, Frankfurt kann ihn zwar auch zurückkaufen, er ist ja bis jetzt nur ausgeliehen vom 1. FC Köln und ich glaube, da haben auch schon einige FC-Fans gesagt, der Junge muss auf jeden Fall nicht nur wegen der Transfersperre, sondern einfach, weil er einfach auch ein sehr guter Spieler ist zurzeit, muss er definitiv auch langfristig gebunden werden beim 1. FC Köln und wie gesagt, die Laie sollte man auf jeden Fall oder die Kaufoption vielmehr sollte man auf jeden Fall ziehen und das ist auch meine Meinung tatsächlich, weil Farid Alidou, klar, unter Baumgart war er nicht wirklich im Einsatz. Man muss aber auch wirklich sagen, er hat auch wenig Chancen bekommen von Steffen Baumgart. Er wurde direkt gesagt, nee, der hätte kein Bundesliga-Niveau, wo ich mir echt frage, hallo, also das, was er bis jetzt gezeigt hat, ist einfach nur absolut top und ich glaube auch wirklich, dass ein Farid Alidou auch in Zukunft oder vielmehr jetzt auch für die nächsten Spiele auf jeden Fall richtig entscheidend werden könnte für den 1. FC Köln und natürlich um das große Ziel Klassen halt eben auch zu schaffen und das Gleiche gilt auch für Damien Downs. Damien Downs wurde ja auch lange gesagt, hm, hm, weiß ich nicht und soll lieber in der U21 spielen, auch ein Timo Schulz hat auch da länger meiner Meinung nach gewartet und gesagt, naja, der Junge ist noch nicht so weit, wo ich sagen muss, also das hat er gerade gegen Gladbach mal absolut bewiesen, dass er auf jeden Fall ein Kandidat ist, auch für den 1. FC Köln im Profibereich, nicht nur für die U21, also auch da fordere ich tatsächlich auch hier als FC-YouTuber, sage ich mal, dass der Junge jetzt spielen muss und eigentlich auch gerade jetzt gegen Leipzig auf jeden Fall auch wieder ran muss. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das Gleiche gilt auch für Farid Alidou und deswegen, also die zwei Spieler müssen auf jeden Fall jetzt mehr noch gebunden werden beim 1. FC Köln und ja, damit eben auch nicht der Gedanke kommt, vielleicht den Verein irgendwann mal verlassen zu wollen. Ja, kommen wir direkt zu diesen zwei Kandidaten. Benno Schmitz hat sich da jetzt wohl auch schon ein bisschen geäußert und da sieht es wirklich ja leider so aus, dass er eben den Vertrag nicht verlängern wird und eben ja, den 1. FC Köln im Sommer verlassen wird. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade, denn klar, er passt nicht so wirklich in das System von Timo Schulz. Das hat man jetzt gerade auch wirklich gemerkt, auch gegen Gladbach, wo man ja auch vielleicht mit Benno Schmitz hätte beginnen können, aber es war eben Rasmus Carstensen, der da eben stand. Und was ich halt schade fände, weil, wie gesagt, Benno Schmitz hatte eigentlich auf unserer Rechtsverteidigerposition nie wirklich Konkurrenz. Klar, Kingsley Isibue war da noch mit dabei, früher auch Kingsley Schindler, aber das waren halt alles so Spieler, ja, die waren jetzt auch nicht so durchgestartet beim 1. FC Köln. Da war Benno Schmitz eben schon eher so ein Fels in der Brandung, wie es jetzt Jeff Chabot eben in dem Fall ist. Also deswegen, da hat er jetzt auch nicht so die krasse Konkurrenz und jetzt kommt eben mal ein bisschen und jetzt will Benno Schmitz direkt den Verein verlassen. Finde ich persönlich ein bisschen schade und man muss natürlich auch sagen, als FC-Sicht ist es natürlich auch schlecht, denn, wie gesagt, wir können keinen Spieler verpflichten. Das heißt, wir könnten höchstens in der U21 gucken, ob es da eben einen Rechtsverteidiger gibt, der dann, ja, anstelle von Benno Schmitz eben den Backup spielt. Und das ist eben dann auch wieder schwierig, weil ich meine auch zu gehört zu haben, dass eben auch in der U21 ein Rechtsverteidiger auch den Verein verlassen wird. Also von daher ist das dann auch nicht einfach. Und wie gesagt, da hatten andere FC-Fans auch schon geschrieben gehabt unter Kommentaren dann, ja, dann spielt eben mal ein Linksverteidiger rechts. Das ist schon ein Unterschied. Auch wenn da manche gesagt haben, das ist kein Unterschied. Doch, ich finde schon, dass es ein Unterschied ist. Entweder bist du Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger. Das finde ich schon ein Unterschied. Und wie gesagt, wen willst du denn da aufstellen? Also wir haben ja auch auf der Linksverteidiger-Position einen Max Finggrefe, ja. Aber dann haben wir ja auch nur einen Leert-Pakarada noch. Also, ne, auch da haben wir jetzt auch nicht so viel Auswahl, dass man sagen würde, ja, dann stellst du eben da noch andere. Ich meine, Dominik Heinz ist für mich auch kein Linksverteidiger in dem Sinne. Und Rechtsverteidiger sowieso nicht. So, ne, sondern für mich gehört der eigentlich eher in die Innenverteidigung. Ne, also auch in Lukakilian. Das ist, da kriege ich Bauchweh, wenn der dann Rechtsverteidiger spielt, wenn man eigentlich ganz klar sagt, dass der Innenverteidiger ist. Also, ne, das ist dann auch wieder so eine Sache mit, ja gut, man kann ja auch einen Florian Heinz als Sechser fungieren lassen. Ist ja jetzt auch nicht so ein Riesenunterschied. Doch, ist es eben. Man hat es auch gerade gemerkt dann, wenn er Sechser war, das hat eben nicht funktioniert. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass das eben dann auch bei, ja, bei dem Rechtsverteidiger auf jeden Fall so sein wird. Also, deswegen hoffe ich irgendwie immer noch, dass Benno Schmitz den Vertrag noch verlängert und eben, ja, diesen, ja, einfach diesen Kampf dann einfach annimmt und, ja, dann am Ende sich einfach durchsetzt, ne, gegen Rasmus Carstensen. Denn, wie gesagt, gerade Konkurrenzkampf belebt ja nun mal eigentlich das Geschäft. Und, ja, wie gesagt, anscheinend ist da Benno Schmitz aber eher einer, der dann sagt, okay, dann gucke ich mal woanders, wo ich dann Stamm spielen kann. Fände ich halt, wie gesagt, sehr schade, wenn er wirklich den Verein verlassen sollte. Ja, und jetzt sprechen wir über einen, wo es wohl so feststehen sollte, dass der den Verein verlässt. Viele haben schon gesagt, sie glauben auch daran, dass er den Verein verlassen wird. Dann gab es ja nochmal so ein kleines Umdenken und Gespräche wurden geführt. Und man hatte dann schon, also ich zumindest, hatte dann schon noch so ein Stück Resthoffnung, denn die Hoffnung, ja, stirbt ja auch bekanntlich zuletzt. Jetzt ist sie wohl auch gestorben, denn Justin Diehl wird dem 1. FC Köln wohl im Sommer verlassen und geht wohl zum VfB Stuttgart. Ja, nicht nach Leverkusen, sondern zum VfB Stuttgart. Das berichten gerade sehr, sehr viele Medien unter anderem eben auch sehr vertraute Medien, auch viele VfB-Fanseiten und so weiter und so fort. Also das scheint wirklich sehr, sehr deutlich zu werden. Und wie gesagt, die Gespräche sind ja auch jetzt nicht neu, sondern das ist eben schon was, was eben auch schon länger läuft. Und ja, es ist natürlich extrem schade, wie ich finde, weil ich sehe in Justin Diehl sehr, sehr viel Potenzial. Klar, Damien Downs hat jetzt schon seinen ersten Treffer erzielt, das hat eben ein Justin Diehl noch nicht. Aber trotzdem sehe ich in dem Jungen sehr, sehr viel Potenzial. Und ich finde es halt einfach sehr, sehr schade, dass es eben jetzt nicht beim FC weitergeht. Klar, es ist auch vieles vielleicht auch früher nicht gut gelaufen. Auch vielleicht, dass Steffen Baumgart da ja nicht so sehr auf ihn gesetzt hat oder auch die früherigen FC-Bosse eben auch nicht so früh auf ihn gesetzt haben. Das ist eben dann vielleicht wirklich, ja, was schiefgelaufen ist. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Allerdings hat er ja jetzt auch die Möglichkeit gehabt, sage ich mal, unter Timo Schulz auch sich durchzusetzen oder auch was zu zeigen. Und ich fand schon, dass man da auch sein Potenzial durchaus gesehen hat. Aber eben auch, dass da eben auch noch ein bisschen was fehlt, dass er eben auch noch was lernen muss. Ist ja auch ganz klar, gerade in dem Alter. Aber wie gesagt, das Potenzial ist ja da. Und wie gesagt, er hat ja jetzt auch die Möglichkeiten bekommen. Und deswegen hatte ich eigentlich schon gedacht, dass er jetzt erstmal noch wartet, bevor er jetzt mit einem anderen schon den Vertrag unterzeichnet, sage ich jetzt mal. Sondern, dass er jetzt wirklich noch ein bisschen wartet, gerade weil er jetzt auch verletzt ist. Ja, also, aber gut, anscheinend spielt das keine Rolle. Er will den Verein wohl doch verlassen und wird eben zum VfB Stuttgart gehen im Sommer. Und ja, wie gesagt, klar, ich wünsche ihm alles Gute, aber natürlich finde ich es extrem schade und bin dann schon, ja, ein bisschen enttäuscht, weil ich eben schon ein Stück weit Hoffnung hatte, dass er eben doch beim FC noch, ja, ein paar Jahre bleibt. Ja, dies ist leider jetzt nicht so und persönlich finde ich es eben sehr, sehr schade. Aber gut, wie gesagt, wünsche ich trotzdem Justin Diehl, auch Benno Schmitz, wenn er uns dann für einen Verein verlassen sollte, fände ich es auch schade. Aber auch da sage ich dann ganz klar, wünsche ich ihm alles Gute für die Zukunft. Und ja, man muss es am Ende leider dann auch so annehmen, auch wenn man persönlich es vielleicht nicht gut findet, aber gut, ist immer seine eigene Entscheidung und das ist nun mal so. Ja, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Bin da mal natürlich auch sehr gespannt, was ihr sagt. Was sagt ihr zu Justin Diehl? Sagt ihr, ja gut, war ja klar, ich habe sowieso nicht wirklich daran geglaubt, dass er bleibt. Oder sagt er, so wie ich, ja, eigentlich schon schade, weil ein bisschen Rechtshoffnung hatte ich schon. Schreibt es, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare. Das gleiche gilt natürlich auch für Benno Schmitz. Und sagt er eben auch bei Farid Alidou oder eben auch bei Damien Downs, der Junge muss jetzt mehr spielen. Das, was ich eben auch, ich meine, bei Alidou ist es ja wirklich so, dass er relativ viel schon spielt. Aber bei Downs, damit das eben nicht passiert, wie jetzt mit Diehl, sondern den Jungen brauchst, musst du jetzt einfach fördern, den Jungen musst du jetzt spielen lassen. Und ich erwarte eigentlich auch, dass ein Timo Schulz gerade gegen Leipzig dann den Jungen auch wieder, jetzt nicht vielleicht von Beginn an bringt, obwohl das vielleicht auch mal eine Möglichkeit wäre, mit Selke zusammen zum Beispiel, würde ich auch gerne mal sehen. Aber, dass er auf jeden Fall jetzt Spielzeit bekommt. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wie gesagt, schreibt das auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr da zusteht, was eure Meinung ist. Das würde mich sehr interessieren, denn wie gesagt, das ist ja auch, also ich habe meine Meinung, ihr habt eure Meinung, das ist eben auch das Schöne, dass vielleicht auch andere Meinungen noch mit dabei sind, die ich vielleicht jetzt nicht so gesehen habe. Also das ist ja auch dann ganz schön. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr freuen über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann lasst auch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Danke an jeden Einzelnen, der mich hier so kostenlos supportet. Vielen, vielen lieben Dank, wirklich großartig. Es gibt auch bald was Neues, da könnt ihr euch auch drauf freuen. ist allerdings noch in Bearbeitung, sage ich mal. Aber wie gesagt, das ist auch schon in der Mache. Und genau, deswegen, ich verabschiede mich jetzt aber erstmal. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas und ciao. tier Kayla und Das war's.